Musik Guten Morgen Hinter mir, irgendwo da unten, liegt Castro Major. Vom Namen her habe ich mir den Ort irgendwie größer vorgestellt. Aber da ist ja nichts. Unser Zimmer war, naja, heute hat man wenigstens eine Fensterscheibe drin. Aber sonst auch nur ein Bett und zwei Nachtschränke und nichts. Geschlafen haben wir gut. Die Betten waren in Ordnung. Aber so das Drumherum, nee, nicht meins. Wenn man kann, schläft woanders. Heute geht's nach Okoto. Das ist hinter Palast... Das ist hinter Palast de Rey. Ja, noch das Nebel. Wir schauen, was das für ein Tag wird. Ich hoffe ja, so wie gestern und vorgestern, immer wenn wir da sind, kam der Regen. So möchte ich das. Aber gut, wir sind ja nicht bei Wer wünscht dir was. Ja, man hört's. Es geht berghoch. Die Luft war knapp. Und die nächsten Vöger tauchen irgendwo da hinten auch schon auf. Also ganz alleine sind wir nicht. Aber noch ziemlich alleine. Ohne Weg wird noch voll. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020